9.991 9.991 9.992 9.993 9.994 9.995 9.996 9.998 9.999 10.000 Boah, hätte nie gedacht, dass wir es so weit schaffen quert. Los, Lendentortur die zweite. Jetzt kommt die dicke 20. Ich spüre meine Beine nicht mehr. Können wir nicht etwas anderes machen? Hm, wir machen das schon seitdem keiner mehr Wargames spielt, Quert. Was sollen wir denn sonst machen? Hm. Ich befürchte, die Leute haben auch aufgehört Flut zu spielen, als Wargames ausgestorben ist. Es muss eine andere Lösung geben. Hm. Moment mal. Was wird das hier eigentlich? Wir beschäftigen uns. Komm, Ishmael. Ich schlage vor, wir überbieten unseren Rekord im Pylonenhüpfen. Nein. Wie, wie war das? Ich hab dich erkusst... Nein. So kann es nicht weitergehen. Ich habe lange genug untätig rumgesessen. Äh, Ishmael, es heißt rumgesessen. FILE FANTS! Ich verstehe nicht ganz, worauf du hinaus willst. Es ist zu spät, Ishmael. Noch nicht, Quert. Wir können die Wargames noch retten. So lange musste ich mit ansehen, wie die Spielerzahlen sanken. Zu oft musste ich mir die ganzen dicken Sessel-Bubser anhören, die ja... Ach, so erboste, die bei Free for Free Industries Leistung sind. Mir steht der Schiss bis zum Hals, Quert. Der Schiss, Quert. Der Schiss. HALS! Aber jetzt wird alles anders. Wir machen Halo wieder awesome. Zeigen diesen Spakulanten, dass man mit Halo Spaß haben kann. In Competitive, in Fun-Modi, in Big Team, Firefight, Kampagne, was auch immer. Also, Quert, ich frage dich. Was bist du? Unheimlich attraktiv. Nein, Quert. Du bist ein Halo-Spieler. Ich bin ein Halo-Spieler? Lauter. Ich bin ein Halo-Spieler. Noch lauter. Ich bin ein Halo-Spieler. Dann geh da raus und spiel Halo. Jaaher! Was... Was ist denn petit? Wo ist berber-Panzer? Alzheimer hat den Panzerraum. Ihr Hammer hat den Panzerraum. Der Nestle-Greife. Er schwiriert. Der hat eine andere Potion. Das hat andere Frache, oh, wohl. Der hatte landlos. Mein Mann, Leute, sind alle ganz Böse. Hm... Ich war! Ich war! NGQ of German Halo Nation.